Ja, bei mir ist das Trainergespann. Robin Martinez und Fabian Noßmann war ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Immer daran geglaubt, dass es auch funktioniert. Fabian? Ja, auf jeden Fall. Das ist die Mentalität, die die Mannschaft seit Jahren auszeichnet. Auch heute wieder. Wir hatten drei, vier, fünf, sechs schwierige Situationen zu überstehen, wo wir einfach mal nötige Quäntchen Glück gehabt haben, da es in der Saison gefehlt haben. Aber dann in der 93er-Macht, Timos Tor, Feuer, Flo. Also eine geile Geschichte, kann der Fußball gar nicht schreiben. Und im Moment fällt es schwer, den ich in Gott zu finden. Geile Mannschaft, geile Zuschauer, geiler Verein und ein Riesenkompliment an alle. Ja, es mischt sich auch so ein bisschen Demut mit rein. Der Florian Lorenz, hört auf, ihr verliert damit einen tollen Sportler, oder Robby? Ja, tollen Sportler und tollen Mensch, der hier viel mitgewirkt hat, hier bei der SGO, weil der hier mit aufgebaut hat die letzten Jahre. Und so schön hat er bei ihm heute hier ein Geschenk machen können, die einer, die uns war, hat das selber dazu beigetragen mit seinem Tor. Und ja, einfach unglaublich.